Ist es dein Ernst? Ja, was denn? Ich hatte doch nur 5 Sekunden Zeit! Ich bin schon groß und viel... Alle neiiiins! Show, Leute, was geht! Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video! Lange ist es her, er ist wieder mit dabei. Der einzig und echte Bestseller... Paluten? Ähm... Hallo? Hallo! Bestseller-Autor Palute, meine Freunde! Ja, und ich muss das jetzt hier an der Stelle auch mal erwähnen. Die Verschwörung im Weltall kommt ja bald raus. Das hat er mir gesagt. Schlamassel im Weltall! Er hat mir gesagt, ich muss das sagen, sonst geht er nämlich direkt wieder offline. Ja, äh, kommt jetzt am... Wievielten kommt es raus? 23.3. Du musst jetzt hier nicht Verwerbung machen. Doch, ich mach hier... Ne, ich mach hier jetzt Verwerbung, weil ihr sitzt bald eh alle zu Hause und habt keine Schule. Also lest wenigstens was und guckt nicht nur unsere Minecraft-Videos. Okay. Wir machen heute auch wieder was ganz, ganz Spannendes und zwar bauen wir heute Paluten. Allerdings mal wieder auf einer kleinen Challenge-Basis. Natürlich nicht, wie wir sonst, dass wir normalen Master-Bilders auch spielen. Das haben wir ja schon alles zigmal durch, sondern wir setzen uns da eine zeitliches Limit-Palle, ja? Wir haben einmal fünf Sekunden Zeit, einmal eine Minute und einmal fünf Minuten Zeit, dich zu bauen. Und dann wird am Endeffekt entschieden, ja? Kurze Frage. Darf ich mir die Blöcke schon vorher ins Inventar legen? Das ist nämlich, das ist nämlich genau so ein Ding, das erlaube ich dir an der Stelle. Ah, sehr gut. Da möchte ich ganz ehrlich sagen, Palle... Sehr gut, warte, 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 noch eine Frage. Haben wir die gleichen Blöcke im Inventar? Ne, das kann da jeder selber entscheiden. Da bin ich, also... Warum bin ich denn immer eingeladen, wenn es ums Bauen geht? Du bist doch so gut. Nein, du lädst mich bei solchen Sachen einfach nur ein, weil du weißt, dass ich nicht bauen kann. Du bist der beste, Palle. Du bist der beste. Nein, du bist ein richtiger Lumpen. Du schreibst ganz in Bücher über Minecraft. Du bist sehr gut. Edgar, wo bist du? Komm, wir gehen. Du bist ein Paluten. Also jetzt komm doch zurück. Komm mit, Edgar. Palle, du bist doch ein Guter hier. Du bist doch... Ich habe hier verrottetes Fleisch gefunden. Ich habe die... Ich habe die... Palle, das war's. Ah, ich weiß schon was du... Du hast auf jeden Fall einfach einen Kürb... Ja, den nimmst du bestimmt bei den fünf Sekunden. Ah, Mann, du schweig! Den Kürb... Nee, den Kürbis dürfen wir nicht nehmen bei den fünf Sekunden. Natürlich. Nein! Warum das denn nicht? Ja, der ist verboten. Der ist cool. Glaub mir, das passt. Nein, der ist verboten. Nee, 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 das ist gut. Das ist gut. Ja, okay, und los. Gehst du auf deine Seite rüber? Nee, das ist meine Seite. Das ist... Ja, perfekt. Dann gehe ich einfach auf die andere Seite. Warte, warte, warte. Was machst du jetzt hier? Was soll denn das? Also, Palle, ich meine jetzt... Boah, junge Mann, Alter. Ich mache doch nur Spaß. Ja, warte, dann ist das... Geh zurück. Geh da rüber. Gut, bist du ready? Nee, warte, noch nicht. Fünf. Okay, ja. Vier, drei, zwei, eins und go. Okay, fünf Sekunden. Ja, laufen jetzt, laufen jetzt, laufen jetzt gerade. Ja, ich habe... Und stopp. Oh. Palle? Oh. Palle? Ich habe nichts gemacht. Was hast du denn da gebaut, Schönes? Ist es dein Ernst? Moin, Leute. Ja, was denn? Ich hatte doch nur fünf Sekunden Zeit. Ja, guck mal, aber was ich in fünf Sekunden gemacht habe. Schau mal hier durch dein Fenster mit hier. Siehst du das? Guck mal. Kompletto, kompletto, Alter. Kompletto. Oh, das ist echt gut. Siehst du? Das ist nice. Ja, okay. 1 zu 0 für dich. 1 zu 0 für dich. Da muss auch niemand abstimmen. Jetzt haben wir eine Minute Zeit. Eine Minute. Eine Minute. Eine ganze Minute. Ja, ja. Geil, Mann. Warte mal, ich muss mich selber angucken, wie... Okay. Ich bin noch nicht bereit, warte. Ich finde dich übrigens sehr hübsch. Habe ich das schon mal gesagt? Dass ich dich sehr attraktiv finde als Mann? Was willst du von mir? Als Mensch? Die Geldleiner. Vielleicht, auch wenn du mal ein Euro für mich hättest oder so. Nachdem ich bei deiner komischen Networth-Sache da irgendwie... Ja, Digga, du bist ein Millionär. Ja, Scheller. Ja, zeig mal, Alter. Läuft bei mir. Ja, Digga, ich wusste auch nicht, dass es mir so gut geht. Wo ist denn das Geld hin? Du musst ja investieren. Du bist ja halb Köln gekauft. An der Stelle nochmal großes Dankeschön an Montana Black. Mann! Ich hab diese 400 Immobilie und alle wissen das jetzt, ne? Danke dafür an der Stelle. Möchtest du einziehen bei mir? Hm, wir haben doch mal zusammen gewohnt. Es war eine gute Zeit. Also, also doch, also ich... Nee, also vielleicht sieht man manche Sachen zu positiv, zu negativ. Aber am Ende des Tages sage ich immer, dass diese YouTube-Zeit im YouTube-Haus... Ja, ich weiß. Es war eine geile Zeit. Ja, so ist es. Also, irgendwann wurde es nervig, als man sich praktisch, weißt du, aneinander gewöhnt hat. Ja, ja. Aber, nur gut. Okay. Ich würde sagen, wir fangen an in 3, 2, 1 und go. Okay. So. Wir haben jetzt eine Minute Zeit. Es ist aber auch nicht viel. Darf man nicht verkehren? Nee, nee, das darf man nicht unterschätzen, ne? Es ist nicht so viel, genau. Ach, Leute. So. Wie geht's dir denn auch ansonsten so? Ich hab dich ja auch lange nicht mehr gesehen. Ich hab eine große... Ja, Pollenallergie hab ich momentan. Ach. Du weißt ja, wie es damals war bei mir, ey. Oh ja, ja, du bist ja auch einer von denen. Schrecklich, schrecklich. Also, sonst aber an sich echt gut, muss ich sagen. Also, wirklich an sich kein Stress so. Alles so weit in Ordnung. Kein... Du und kein Stress? Also, Medium-Stress, sagen wir mal, ne? Du brauchst das doch auch so ein bisschen. Ich lieb's ja auch, sagen wir mal ehrlich, ne? Echt? Machst du ein bisschen? Ich kann nicht ohne Stress so. Das ist so mein Ding. Das stimmt. Oh, die Zeit wird knapp, die Zeit wird knapp. Die Zeit wird knapp. Das Problem ist, ich weiß auch immer gar nicht, wie viele Sekunden... Wir machen eine anderthalb Minuten, oder? Nee. Nee? Nein. Echt nicht? Nein. Dann ist jetzt die Zeit in 5, 4, 3, 2, 1 und jetzt rum. Okay. Gut. Ja, also bin ich jetzt ehrlich, ist jetzt nicht das geworden, was ich mir ausgedacht habe. Du brauchst ja immer noch weiter. Was denn? Na gut, das ist schon nicht schlecht. Also, wenn man jetzt mal bei mir guckt, da war ich wieder, da war ich wieder zu große Ambitionen. Guck mal hier, da hast du... Angenommen, wir könnten es jetzt noch retten. Ja, Mann, man kann ja sagen... Alter, du hast ein grausiges, düsteres Skelett, hast du? Komm hier. Ich bin schon groß und vier, komm doch und spiel mit mir. Hallo, meine Mutter hat während der Schwangerschaft getrunken. Und zwar nicht wenig. Ja gut, da würde ich sagen, der Punkt geht auf jeden Fall an dich, Junge. Man, bei der einen Mutter... Damit war es das jetzt aber auch. Besser wird es heute nicht. Moment mal, Moment mal. Jetzt geht es ja erst richtig los, mein Freund. Jetzt haben wir sieben Tage Zeit. So, einmal hier rüber. Also, ich finde dich... Warte mal, ich finde dich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Guck mal hier, wenn wir jetzt hier... Das ist schon fast das perfekte Vorschaubild. Oder? Das ist eigentlich super. Würde ich ein Like da lassen. Auch ein Abo. Abo, Alter, sehr wichtig, sehr wichtig. Gut, dann gehen wir mal rüber. Jetzt haben wir fünf Minuten Zeit. Da bin ich jetzt mal wirklich mal gespannt. Fünf Minuten? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich habe nur was gezählt. Ich zähle gerne. Aber warte mal, wir haben jetzt fünf Minuten. Und bei dem nächsten haben wir dann wie viel Zeit? Das nächste gibt es gar nicht. Ach so. Oder es sei denn, also, je nachdem, wie viel Zeit du hast, wir können das auch gerne bis 100 Minuten hochspielen. Ja, okay, sehr gut. Finde ich klasse. Gibt es da einen Livestream? Alter, du hast so ein süßes Skin. Es fällt mir gerade erst auf, wie Gott damn süß der ist. Der ist richtig detailliert auch, ne? Mein Skin ist eine richtige Missed, Alter. Wenn man sich den anguckt, der ist so richtig... Ach, egal, reden wir nicht. Sei nicht nach Augen. Hey, kann ja nicht jeder so eine geile Lipsau sein wie du, ne? Ja. Fünf Minuten ab drei, zwei, eins und jetzt. Fertig. Ich nehm den von der Minute. Alter, deine Schnurrte. Das ist aber... Besser wird es nicht. Ich weiß nicht, ob du damit wirklich realistische Chancen hast, weil, wenn ich ehrlich bin, Palle, ich hab mir da schon Gedanken gemacht, ne? Du hast mir gedacht... Oh, okay. Ja, ja, ja. Man darf jetzt nicht unterschätzen, jetzt, wo ich die Zeit hab, mit der Zeit kommt die Kunst, sagt der mein Vater immer. Dein Vater ist tatsächlich ein sehr weiser Mann. Ich hab ihn auch einmal kennengelernt. Wir hatten uns im Saunaclub kennengelernt und seitdem hab ich... Was habt ihr da gemacht? Äh, sauniert. Was denn sonst? Weiß ich ja nicht. Ich war noch nicht in so einem Club, deshalb, keine Ahnung. Natürlich, wir waren noch zusammen da auch in dem Saunaclub. Moment, jetzt mal bitte. Also, das... Das war ne gute Zeit, ja. Das war ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne 4. Perfekt. Das ist moderne Kunst, die ich hier mache. Kann man nicht anders sagen. Naja. Was denn? Da bin ich mir nicht sicher, ob das so fehler kommt. Dann warte mal ab jetzt hier, ja? Also, warte mal bitte. Ah, sche... Also, meiner sieht aus... Oh, Gott. Ach, ich... Ist schlimm? Es wird... Nö. Feet die, feet die... Ja, aber ich kann ja auch die Beine, Arme... Kannst du einfach... Nee, die Arme gehen da ja gar nicht. Ach, das macht ja... Das macht ja gar keinen Sinn an sich. Ist ja alles Scheiße, Alter. Ach, Mann, Rebi. Was mache ich denn jetzt hier? Halle, ich kann es dir auch nicht sagen. Ich bin da auch... Du musst dich ehrlich sagen... Ehrlich gesagt überfragt. Ich muss mich ja selber hier auch konzentrieren. Wir haben ja alle unsere eigenen Probleme. So ist es ja nicht, ne? Wie geht's? Ist Erkani gerade da? Ne, Erkani ist gerade draußen tatsächlich. Der ist gerade raus. Ähm... Du willst den unbedingt mal... Ich will den wuseln. Wenn wir schreiben, willst du immer wuseln, ne? Ja, nee, du sollst den immer von mir wuseln. Ja, mache ich ja auch. Aber der beißt dann immer. Ich weiß nicht, warum. Ich sage, vom Paluten. Dann fängt der mal an zu knurren. Ich weiß nicht. Ganz seltsam irgendwie. Irgendwann komme ich mal, wenn jetzt... Wenn das hier alles wieder durchgestanden ist und es allen wieder gut geht und so... Dann komme ich mit Erkani mal rum, ja? Ja, sehr, sehr gerne. Dann mache ich mal einen kleinen Roadtrip zu dir, Pidese. Ja. Finde ich klasse. Dann können wir auch in die Berge mit Erkani. Alter, das ist geil. Machen wir so... Schlitten fahren mit Erkani. Ja, wie lange kann man bei euch noch Schlitten fahren? Hier in der Nähe kannst du, glaube ich, nicht mehr Schlitten fahren. Dafür war es einfach... Also, der Winter war sehr, sehr warm. Muss man sagen. Das ist echt so, ja? Ja, also diesmal in den höheren Lagen ging es mit dem Skifahren. Aber alles, was da drunter war, war es unter 1000 Meter, konntest du knicken. Dieses Jahr war ein bisschen enttäuschend. Aber, ach mein Gott, es wird ja noch ein paar Winter hier im Süden geben. Das glaube ich doch auch. Das glaube ich doch auch. Ihr habt ja gehört, dass du da Skifahren warst mit deinen Freunden. Nachdem ich vielleicht das Ganze angestoßen habe, aber dann nicht gefragt wurde, ob man nicht mal mitmöchte. Aber es ist in Ordnung. Da war ja auch dann hier diese Grippewelle. Ja, 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 klar. Und dann hatten wir ja auch... Ist angekommen, das Ganze. Ist angekommen. Also war ja auch jetzt hier... Dass du nichts mit mir zu tun haben willst, ist einfach auch angekommen dann irgendwann. Na, das würde ich jetzt so nicht sagen. Nichts ist ja falsch, ne? Ja, wird schön. Ein Video willst du mit mir machen. Ja, ein paar Videos. Das erinnert mich an den Song von Kelly. Von welchen denn? Ja, irgendeinen da, wo sie gesagt hat, sein Name wird benutzt für die guten Klicks. Äh, meiner. Ne, meiner. Och, scheiße. Hast du eigentlich eine Nase? Willst du eine Nase haben oder nicht? Ne, ich habe keine Nase. Ich bin fertig. Ist jetzt nicht mal Ende? Ne, 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 ne. Ich bin fertig. Ich setze dir doch einen Hut auf, du süße Maus. Kommst du jetzt hier rüber gucken? Ich habe nicht gelookt. Du hast gelookt? Ich habe es gesehen. Ne, habe ich nicht. Da, hier nochmal ein Replay, Alter. Habt ihr es gesehen? Ganz klar hast du da gelookt, mein Freund. Ne, habe ich nicht. Du hast eiskalt durchgeschaut, Junge. Das gibt eine Nase hier. Nein. Doch, dem Finanzamt werde ich Bescheid sagen. Was machst du denn da? Hallo? Ich mache nicht. Hör auf. Der ist schon ein süßer Fratz, den ich hier gebaut habe, oder? Ja. Du hast schon noch eine, noch 30 Sekunden. Ah. Noch für den Hut muss es reichen. Ich bin schon groß und vier. Komm doch und spiel mit mir. Ich lade dich ein. Ich bin eine Palle. Die Leute wissen das ja gar nicht, dass du früher immer einen Zylinder getragen hast. Das stimmt. Immer sehr gerne. So. Und die Zeit ist rum. Nein. Alter, Palle? Ja? Jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt komm mal her. Was machst du denn hier? Nix. Was machst du denn? Was ist das denn? Bin wieder da. Hallo? Palle? Was denn? Moment mal. Ei, der ist auch süß, ne? Ja. Ist ein kleiner Fratzi. Ist ein süßer. Ja, ist ein süßer kleiner. Ist ein bisschen angelaufen, der Kürbis, ne? Ne. Ne, findest du nicht? Ne. Meinst du dem geht's gut? Ja. Perfekt. Gut, dann schauen wir mal bei mir drüben. Ne, hier. Auch ein sehr schöner Kerl, oder? Mit dem Schal und einem mit dem Hütchen. Buh. Buh. Warum das denn? Ein Holzschal? Ein Holzschal? Ja, eine Holzwolle. Ist entspannt. Ist schön. Ist gut. Okay. Findest du gut, oder? Dann würde ich sagen, meine Freunde. Palle, wer hat jetzt hier die Runde gewonnen? Weiß ich nicht. Das ist einfach... Nein, Palle! Palle, nein! Jetzt muss ich die ganze Map wieder von Hand aufbauen, Mensch. Palle, nein! War jetzt nicht nötig, ne? An der Stelle, meine Freunde, würde ich sagen... Wieso war das denn nicht nötig? Jetzt muss ich hier alles wieder... Also, das ist jetzt wieder... Das hast du eben innerhalb von ein paar Sekunden gebaut. Das dauert wieder so lange, ey. Jetzt muss ich hier alles wieder neu machen. Ich würde sagen, an der Stelle, meine Freunde... Also, bleibt alle gesund. Schaut auf jeden Fall gerne mal Paluten vorbei, wenn ihr ein gutes Buch sucht. Ich packe das auch mal einfach in die Videobeschreibung, so frei bin ich mal. Schaut da gerne mal vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Die, äh... Es ist nicht Verschwörung im Weltall, sondern... Es ist Schlamassel im Weltall. Schlamassel im Weltall. Wir sind ganz gespannt, was da auf uns zukommt. Palle, vielen, vielen Dank. Wir haben auch noch ein Video bei ihm aufgenommen. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich bin an der Stelle raus. Macht's gut. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.